Das ist das Programm, der Grund auf lebende Hoffnung. Ihr Redner ist Rudi Niefeld. Ich bin in den Namen von Jesus Christus. Ich freue mich, dass alle alle herzlicher Händler kommen für diesen Thema Jesus Sein Wahrer kommen in den Wolken. Was wir auch nennen, die Entrückung. Von der gesehen, wie wir den Haupttag gekommen sind, wird Red von der Entrückung. Wenn wir unsere Bibel aufmerken, noch 1. Thessalonicher, Kapitel 4, von 13 durch 18, du sagst es an sich, Bruder, wir wollen nicht im Anklaren lassen, über die, die alle gestorben sind, dass sie nicht trüren brauchen, so aus denen, die keine Hoffnung haben. Weil es von wir glauben, dass Jesus gestorben und vom Tod abgestorben ist, wird Gott durch den Herrn Jesus und mit Amt hoop auch du nötig nehmen, die alle eingeschlossen sind. Das sei wir jüngend mit Jesus in einer Welt, dass wir, die durchleben und blieben, wird die Herr Wahrer kämpf, werden die nicht verabkommen, die alle eingeschlossen sind. Die Herr wird selbst von Himmel aufkommen, in Lüte sein, was passieren soll. Die Hechte Engel wird röpen, in Gott seine Person wird geblüßt worden. Dann wurden die, die im Glauben an Christus seidlich gestorben sind, zuerst abstoßen. Dann wurden wir, die wir leben und geblieben sind, zu gleich mit einem, ab die Wolken mitgenommen worden, in unseren Herren begegnen, und dann wurden wir immer bei ihm sein. Mit dieser wird treu sind unter den anderen. Ich habe die Wahrer Worte wundervolle mitzudeilen von den Augen. Das Programm handelt sich von der Entdreckung. Jesus sind Kommen in ein Waldchen. Jesus sind Kommen, was er behebt und was dazwischen passiert. Christus ist bekannt, mit Jesus sind zwei, das Kommen, aber nicht sehr mit der Entdreckung. Du weh in Betracht, wie Gottes Wort, dem das klar und die Glehrer und Gottes Wort von der Entdreckung. Bibeltags, was wir all betracht haben sind, 1. Korinther Kapitel 15, von 51, durch 53, von in Geheimnis, wo alle Christen leben, wann Jesus kommt, in den Waldchen worden verändert worden. Jesus sagt auch in Johannes Kapitel 14, 1.3, er wird reinkommen in den Cholen. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, von 3.3.8, beschrift Paulus, in Einzelheiten, Jesus sind wahrer Kommen in den Waldchen. Was wir sehen, in 1. Thessalonicher Kapitel 4, von 3.3.8, als Paulus sagt, ich will nicht im Anklag luten, über Jesus sind Kommen in den Waldchen. Die Frage von den Christen, in der Thessalonicher sagt, wie, was passiert mit den Christen, wo alle gestorben sind, wann Jesus kommen wird. In Paulus, in anderen wird sehen, sieht nicht bedeutet, ich will Ihnen dort klar merken, was passieren wird, wer in Heir red, nur Brüder im Herrn. Was wir klar sagen, ist, er sagt in der 3.4. Brüder, wir wollen Ihnen nicht im Anklag luten, über die, die alle gestorben sind, dort die nicht trüren brauchen, so aus die, die keine Hoffnung haben. Hier dort wird gestorben, red von wahre, geborenen Menschen, die angeschlossen sind. Und die Bibel, wie darauf sagt, von der wird alle angeschlossen sind. So Christen, da werden nicht sterben, Christen, da werden einschlossen, wenn es die Worte waren, abstehen, und für immer, in einem Weg mit Jesus Christus sind. So, wenn Jesus Christus stand, haben sie eine Brüte, die Schöne gehören, wird er die Seilen von den Heiligen, die in der Schöne geteilt, gestorben sind, mit sich bringen. Und die Däute, die Schöne, die Abstehen, in den Tüb gebrochen worden, mit den Seilen, und dort wird ein verherrlichen Charfer geben, in den 1. Thessalonien, Kapitel 4, Vers 14. Du sagst, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben, und von dort abgestoenen ist, wird Gott durch den Herr und Jesus, mit einem Tüb, auch die Musik nehmen, die alle angeschlossen sind. Hör ich, was ich sagen? Hier sagt es, die alle angeschlossen sind. So, was das bedeutet, die wahre, die Menschen, die alle gestorben sind, wenn Jesus kommt in der Wald, die wurden abstoenen, und die wurden verherrlichen worden. Wenn Jesus wird kommen, und die Seilen, die mit einem kommen, die werden raufkommen, und die werden mit dem Charfer taub kommen. Wieder in 15, in 17, sagt es, was dort du, sagt es, dort waren die, die wurden in Christus angeschlossen, erst abstoenen, sind dort, wurden die, die nach Leben verändert wurden, in Tauben mit, noch hechtgenommen worden, Jesus in den Waldchen zu treffen. Und das, was wir hier sagen, das sei, das sei, wie Jün, mit Jesus, sie in den Einen werden. Hör ich, was Paulus sagt, mit Jesus, sie in den Einen werden. Dort, wie du, die du leben und blieb, bei der Herr war er, kämpf, wurden die nicht vorabkommen, die alle angeschlossen sind. So, das ist ein Wort, von Jesus Christus selbst, was Paulus hier sagt, das denkt, Paulus sich hier nicht üt. Das hat Paulus auch nicht, bloß, haben wir geschrieben, die Testalonische, für sich im Auto geben. Die Trem von Jesus, seine Einen wird. Dann sagt er, die Herr wird selbst, von Himmel aufkommen, in Lütsaien, was passieren soll. Die Hechte Engel, wird raupen, in Gott seine Person, wird geblast worden. Dann wurden die, die im Glauben, an Christus, seilig gestorben sind, zuerst abstoenen. Erst wurde die abstoenen, wird im Glauben, seilig gestorben sind. Dann sagt er, in die 17e Vers, dann, wo wir, die wir leben, in ihr Leben sind. Hör, wer redet das nicht von? Wie, die wir leben, in ihr Leben sind. Das, wann die Tief wird kommen, wann die Entrückung wird kommen, und Jesus wird in ein Waldje kommen, und er wird in ein Waldje steil holen, und wir wurden in die Hechte geholfen, dann sagt er, dann, wo wir, die wir leben, in ihr Leben sind, tollig, mit einem Taub, in die Waldje, mitgenommen worden. So, die Frage ist, wie kommt das Wort Entrückung her? Das fliegt die Frage. In Kapitel 5, Vers 17, wo das sagt, mitgenommen worden, das Wort in Gerechischen ist, Harpaso, wort meint, wachigeribst worden. In das Latinische Wort, ist das überzicht, rapto, wort auch haftedäune, mit wachigeribst worden, von dieser Welt. So, die Christen, wort die Wachigeribst worden, zum Jesus begegnen, in die Waldje, wenn Jesus kommt, hier nicht, wird abiert, er hält still, in der Luft, in die angeschlupene, wort die Bibelland, angeschlupene, wo die Beschrift gestorben, in Christus, wort abstohlen, und dann, wie du, mit einem Leben, in ihr Leben sind, zu glück, mit einem Taub, in die Waldje, mitgenommen worden. Und dann, wo wir, immer bei einem sehnen. Wat dit meint, ist, nur diese Entreckung, worin die Helle, von einer Church, immer du sehnen, wo Jesus ist. So, wo immer Jesus handgeht, wor wie auch, mit einem sehnen. Dit meint, verbindt, das verbindt, mit dem, was immer Jesus steht. Dit meint, wenn Jesus trefft, heimt, 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 sieven Juhlotha, ab der Eid, von der, sieven Juhlotha, am ein, von der Triebsalz, teht, dann sehnt, alle hellen, mitahmen, wo wir sehne, in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 14. Hier, in diesen Tags, redet, von Jesus, zu sehen, zweit, koma, dit, tot koma, bat, ab der Eid. Hier sagt, das ist das, in den 19, Vers 14. In der Armei im Himmel, in fernet Lensig, je kleid, wit in ren, cäimen am, ab wit de pied, hing er on. So, dit meint, du sehnt, wie auch mank. Dann sagt, die Heilige Schrift, auch, ans, wie worden, mit Jesus, teubere jeren, ab dieser Eid, für diesen Juhlotha, und dat fangen, wie fuhrt, hier, in dem nächsten Kapitel, wo wir sehne, in Kapitel 20, Vers 4, sagt, es ist das, ek sag, traunen, wo die Bogen sohnten, den dort Magrach, je jeft, wie te rechten, en ek sag, die Ere Seilen, die wehen erzeugnis, für Jesus, en wehen Gott, sein Wut, werden daut gemerkt werden, en die nicht, die Tier, in sein Bild, angebeten hadden, en die, die sein Tecken nicht, und stieren, oder ab der Hand, genomen hadden, die scheinen, in dem Leben, in der Jeden, mit Christus, diesen Juhlotha. So, wie sehne, wie war er raufkommen, mit Jesus, in der Offenbarung, Kapitel 19, all die, was dann, jerozferde, schräg, getriebsalzt, die eine Heche genommen, war die in der Entreckung, wie war er raufkommen, mit Jesus, und dann war all die, was in der Entreckung, sind, daut gemerkt, war, war ein Bogen Mensch, war habe er lebe, je für er Glaube, die war abgestohen, und dann, nur den Tags, wo wir fingen, die taub, du sind, du ja regier, mit Christus taub. So, hier redet, von den Christen, die dann, totgemacht werden, in der Triebsalztie, das ich allsehe, die waren abgestohen, und auch regieren, mit Christus taub, in die, du sind, du ja krank, so aus wie, die, die, die dann, abgehoben werden, für die Triebsalztie, in der Entreckung, in der Offenbarung, mit Jesus, Christus taub. Und bei euch, das alles passiert, das, das wir all gelesen haben, in Johannes Kapitel 14, noch einmal lesen, die ersten drei Phasen, sagt, Lot jund nicht, tot hot baareien, gleift an Gott, en gleift an me. In mein Vordersehn, hüße, en felle Wohninge, wann dort nicht so wird, wo ich jund dort gesagt haben, ek go also hahn, jund, dey steed rei te merken. In wann ek han go, dey steed, vy jund rei te merken, wo ek treig kommen, en jund, og du hahn nehmen, dot jid du sind, wo ek sie. What it hereans sagt, in Johannes Kapitel 14, 1 in 3, sag Jesus, ek go kommen, en jund hier wachholen, en no dem Vordersehn husn nehmen. Und dot es kreik, wat Paulus hierop sagt, in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17, wie worden wachegeripps worden, en inne Wolken, Jesus begehenen. In dit sind, alle Hege van de Chor. Dan, wann Jesus, du isch inne Wolken, met ons taub is, dan wordt Jesus, ons van du, no dem Vordersehn husn nehmen, wo he nu, ne steed, rei merkt, vir jida, ware geborene Person. So, wann wie denken, an all de Christen, wat, charperlich, handhaulen matten, wat, wat passeren? Wie fingen dat klar, in de 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 51. So is ons dat du, sag, die worden verandert worden, to een verheerlichen charper, hostia, aus eenen Jungenblack. In de 1. Korinther, Kapitel 15, noch eenmaal wat er lese, in de 50ste Vers afanfange. Oberbreider, dit sei er dün, fleisch en blau tieren, gott zijn regt, nicht oven, en wat verwesen kan, kan nicht dat oven, wat unverweslich, is oven, horch einmal her, aksa junt een geheimnis, wie worden niet alle sterven, wie worden over alle verandert worden. Dat wordt platzlich komen, in eenen Jungenblack, wan de laatste Trompet blozen wordt, de Trompet wordt geblust worden, en de dooders worden abstoenen, onverweslich, en wie worden verandert worden. Is dat niet wonderbaar, wat gaat alle half verwaareborene menschen? Dat hij haf verspreken, hij wordt ons beworre van zijn oeier, niet maar bloes dat, hij wordt ons niet maar bloes beworre, hij wordt ons doorheen nemen, van van hij zijn oeier van deze wereld, wordt uitgehouden. Dat is zo wonderbaar. So, wanneer we denken, all die menschen, wat scherperlijk liet je nu dan, wat wordt met dat passeren? Wel, de bibel sagt ons, klor, wie worden verandert worden. Wie worden een scherper krijgen, wo geen krankheid, geen treurigheid, geen sinnmaierruimhafd worden, wanneer we een verheerlijke scherper hebben. En dat wordt zo hoogstig passeren, dat plotzicht je een ander, in een Jungenblack, waar we dat wordt doig studeren, dat ze nog hoogstig, als in een Jungenblack, wat dat allemaal passeren. Zo, zo, wat reinkomt, hem nog scherpendjes aanneem, verantreggen. Zo, dat we niet de motoren spreken, dat niet te doen, dat je dat te luet is. Zo wat ons dat hier zegt, is dat we worden alle verandert worden, als we nog leven, wat dat passeren, of we ook al gestorven zijn, wordt ook genoemd, wordt ingesloopt. Alle mensen worden verandert worden. Die wat ware geboren zijn, nog leven zijn, die worden verandert worden, voor een verheerlijke scherper, die worden gestorven zijn, wat isch wordt afgestoen, dat je eerst, dat ze al kunnen zijn, wat de scherper wordt terugkomen, die worden ook een verandert in scherper hebben, een scherper wordt verheerlijk is. Zo dat meint, die scherper wordt alle krankheden onzekkomen, wat die alle los worden, die mensen wordt leven, wat Jesus zegt. Door die verandert worden, te een verheerlijke scherper. Wat dit wordt bloos, nu mensen passeren, wat Jesus Christen zegt, aan de scherper, door nu als eerst, door hem zelfs in Heiland in Radar. Zo, wanneer u nog niet Jesus Christen kanst, door die Radar, hier is waar u dan komt, u niet kan, dat u een verlorene Sinder bent, en dit wordt gede een. China braucht ons dit leeren. In de Salm, Kapitel 51, vers 5, salm daarfx is dit, Ich sei meine Verschuldung, denn in meinem Sinn steht immer für mich. Keiner hat von dem auch lebt, als ausschuldig zu sehen, wenn sie ein Gewässer sind, am Überblick zu sehen, so der Sinn steht immer für uns. Nicht bloß dort weiten, dort wie Lehner oder andere Sünder sind, aber dort tauscht zu den perfekten Heiligen Jesus, wo halb der Grenzen gesagt von seiner Gerechtigkeit, wo uns menschliche Gerechtigkeit niemals erregen kann. Und das ist die Graz der Schuhe, die wir haben, dass wir uns eine Gerechtigkeit für sich, Jesus eine Gerechtigkeit zu erregen. Und dort schau bloß nicht. Du hast keine andere Weise, als deine Gerechtigkeit annehmen, was Jesus Christus für dich hat und dort umtreibt. Das nächste Ding ist, dass Gott lebt, jeder einer von uns, dort heisen, einzigen Sehen schickt, dem für dich durchstorben umtreibt. In der 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 21, du sagst, Gott meub den, der von keinem Sinn wüsst, in unser städter Sinn, dort wie der ich arm für Gott gerecht worden, so aus dort für am Jellende. Hör ich, was ich sage. Gott, der Sinn sehen, der von keinem Sinn wüsst, in unser städter Sinn merke, dort wie der ich arm, was dort Jesus Christus für Gott gerecht worden ist. So, wo koste du leibatorisch ein Gericht worden für Gott, in die Enttückung mit mirke, wann die soll kommen, wann du noch lebt bist. Die Gerechtigkeit annehmen, was Jesus Christus für dich umtreibt, in die unerzene, dass du in den Sinn der Bessen, dass Jesus die einzige Gerechtigkeit ist, in den Jesus in deinen Horten ankriege. Dann sagt es, hier ist es das, dort wie der ich arm, dort ist Jesus Christus für Gott gerecht worden, so aus dort für am Jellende. Leibatorisch, in den, was soll er dir anstrengen, in den, was von einer Gemeindebeine wohnen ist, in den, in den, was von einer Kalide wohnen ist, in den, in Wohinland zu wohnen ist, leibatorisch, wenn du versuchst, in deine ene Gerichtigkeit an Jesus zu kommen, dann bist du noch auf der Weg nach der Halle, du hast keine andere Weg. Die einzige Gerechtigkeit wird für Jesus tolle, dass Gott, der Jesus Christus, uns anbeidet. Und dort ist, dort heißt es, für uns am Krieg. So wir möchten gleich, wenn dort Gott lebt, jeder einer von uns, hier lebt auch dich. Aber dort ist noch nicht alles lebt, Jesus stöhnt wahrer Ab. Das Abstehen bestätigt, dass hier wir die Einste, wo wir den Sinn wohnen werden, hört mal her. Wenn wir glauben, dass unser Ältester, ein oder ein anderer Gemeinde, kann Sinn vergeben, dann meint das, das wird ein perfekter Mensch sein, ohne Fehler. Der Ältester wird mit dem ohne Sinn sein, dass er Sinn vergeben kann. Das meint das andere Ding, dass er im Krieg nicht allzuweckt wird, er mit Sinn belaut vergeben, für die Menschen in seiner Gemeinde, in der Errichtung. Das Wort hat gesagt, du hast kein Ältester, kein Gauder Prediger, was perfekt ist. Bloß Jesus wie ohne Sinn, und bloß Jesus kann Sinn vergeben, wenn er ohne Sinn wird. Und du, wenn wir am Krieg sind, dann kann er dich amseilig werden, wenn es heute nicht an der Sinn entschuldigt. So, lieber Tag, kein Mensch kann Sinn vergeben. Nicht ein Sinn kann ein Mensch vergeben, was die kann, geräumt werden für Jesus. Bloß Jesus kann die geräumt werden für Gott, wenn er sagt, dass er für Gott verarmt wird. Die Einzige Ereichtigkeit, was für Gott geäumt wird, ist, Jesus Christus, Sinn Opfer und Krieg für dich. So, alles, was du tun musst, ist, Jesus anrufen. In Römer Kapitel 10, Vers 3, weil es wer immer, den Herren in Sinne noemen, anruft, wird selig werden. Leider, wenn du Jesus Christus anrufst, in einer Chance, das Opfer, was Jesus für dich tut, am Krieg, und sei es, all das, was du bei dir versorgt hast, mit deinen Kleidern tragen, mit deinen Weichs zu tun, vor dir vor das, mit dein Leben zu tun, die verholt hast, dass alle Gleis, dass du dir in Römer Kapitel 10, du sagst, Jesus, das ist alles nichts, das hält mich alles nichts, das hat mich bloß nach Schuhen gebracht, und wieder aufgebracht von Gott. Nu will ich die Römer Kapitel 10, und das, was ich hier sage, Römer Kapitel 10, vers 3, weil es, wer immer den Herren in Sinne noemen, anrufen, du wird selig, wenn du das, seine Römer Kapitel 10 anrufen, in seine Römer Kapitel 10, dann wirst du selig. Und das wird passieren, wenn die Herr Haaf das versprechen, er wird dir das geben. Die Entrückung ist, was das nächste passieren wird, nach dem Prophetischen Kalender, und das kann irgend von Neue sein. Du wein, du ich die Mauter sprechen, dass du, das Nü des, Nü zu tunen, krach Nü, eine Stunde von Neue, ist vielleicht der Lot für dich. Jesus ist vielleicht nicht in der Welt gekommen, wo du bist vielleicht durch den Exzidenen zu tun gekommen, oder durch den Hortschlag gestorben. Und du hast nicht, Jesus, dann ist es für immer und ewig der Lot. So, noch einmal, Leibatörer, Neue ist die Zeit. Nehmt euch eure Echtigkeit an, was Gott für dich hat, in Jesus Christus. Mocht Gott sehen, was er hier sehen wird. Wenn ihr irgendjens Fragen habt über das Programm, dann könnt ihr uns auf unseren E-Mail schreiben r2-09-0neen-arroba-gmail.com oder auf den WhatsApp-Nummer 591-770-690-1-0neen-arroba-gmail.com Ich wünsche euch und alle eine gute Weg. Gottes Rücken Segen mit euch.